Ja, guten Tag, Sabo. So, ich bin natürlich immer noch auf der Insel. Aber wo ist Sean? Ich dachte, die ist hierher gekommen. Jens, das verstehe ich jetzt viel besser, was es mit dieser Insel... Okay, hat er seine Nachforschung schon beendet? Ja, das stimmt. Ja, mega Durcheinanderkrieg, alle gegen alle, oder wie? Wenn du Hilfe brauchst, werde ich für dich da sein, egal, was sonst noch los ist. Okay. Ja, die verstehen sich gut. Ja, das stimmt. Ich glaube, es ist ein Dino-Gang. Ich denke, dass die Welt der Welt in den Wiener und der Zell-Mas-Dablet-Sixen viele Menschen in der Welt sind. Ich denke, dass sie das tun tun. Ich denke, dass sie ein wenigstens. Ich denke, dass sie nicht so viel in den Wiener sind. Ich denke, dass sie auch die Lüphi in der Welt stehen. Lüphi? Ich denke, dass sie noch nicht in den Wiener sind. Ich bin jetzt schon, ich bin zu dem Land. Hau! Mein Freund ist mit dem Schwerpunkt der Schwerpunkt. Ich bin nicht nur das, sondern auch in diesem Land. Herr, was du eigentlich machst? Was ist noch nicht in den Schwerpunkt? Es ist schwer, Janne! Oh, was geht ab? Der Krieg bricht aus. Der Mariengegner wurde von einem Marien-Sympathiasten erschossen und das lässt jetzt die Insel in Chaos stürzen. Oh je. Schand versucht die Situation zu entschärfen, aber sie sind so aufgeklickt, dass sie nichts zuhören. Oh mein Gott. Zum Stadtplatz. Oh je, oh je. Leute, Leute, was ist los? Schlüsselabg? Oder habe ich das falsch gesehen? Sie haben es angefangen und wir werden es jetzt beenden. Oh je, berückt euch. Es muss eine Erklärung dafür geben. Ich bitte euch, bekämpft euch nicht gegenseitig. Spau dir deine Worte. Es spielt jetzt keine Rolle mehr, warum sie auf uns geschossen haben. Oh man. Alles was zählt, dass sie das getan haben und nichts kann das ändern. Oh je. Ziehen wir in den Krieg? Wir sind zwei Leute. Alles klar. Okay, wir sprechen kurz mit ihr. So, ja wen aufzuhalten? Alle? Oh je, oh je. Oh je, oh je. Was geht ab? Die ganze Insel ist ein Aufruf. Ah, Nami weiß auch schon Bescheid. Wo ist sie hingegangen? Schauen finden und mit ihr reden? Ich werde allen anderen auch sagen, dass sie die Augen offen halten zum Ende. Okay. Ach, das ist mal. Oha. Okay. Das ist mal ein fetter fetter Radius zum Suchen. Oh, das wollte ich gar nicht. Weil mit dem Haki werden wir ja nicht viel anfangen können. Es ist jetzt die Frage, wo sollen wir die suchen? Wir haben hier noch irgendwo eine Kiste versteckt. Aber das ist halt wirklich die Frage, wo werden wir da jetzt suchen, Alter? Oder kann das jetzt sein, wenn alle suchen, dass wir einfach warten können, bis irgendeiner sie findet oder so? Ich weiß es nicht. Ah. Ich weiß wohl, wo die... Da steckt es. Oh, das war das eine. Ja, wo soll die jetzt sein? Wo sollen wir da jetzt suchen, ey? Die ist verschwunden. Vielleicht in die Minen rein? Ich habe keine Ahnung, Alter. Wenn sie zu Marini war, sind sie auch nicht gegangen, dass sie so nach einen Isaac sucht. Oh, wo zur Hölle soll sie sein? Können wir so ein bisschen umherreisen. Vielleicht passiert irgendwas. Schauen wir hin und mit ihr reden. Vielleicht können wir ganz kurz schauen. Schauen wir mit ihr reden. Schauen wir jetzt richtig mit ihrem Bruder Isaac und stirbt davon. Das war ich schon im letzten Part. Ralph, wir begrüßen sich nach Zafirstadt, um mit ihr zu reden. Mehr Informationen haben wir an sich nicht. Ist sie vielleicht zum Friedhof gegangen? Zu ihrer Mutter? Könnte ja auch sein, oder? Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich habe es dir, du Eiweiß. Ich kann das nicht übernehmen. Es hat sie auch verloren. Nein, ich kann das nicht übernehmen. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Wuchen wir nicht. Wir müssen uns hochwerten. Ich bin sie dich. Ich bin so einfach auf meinem Kind. Es war einfach in mir, nach particular. Es ist mir wichtig, dass ich mich unternehmen möchte. Ich möchte niemanden sterben. Ich möchte jemanden sterben. Nein! Ich habe keine Familie! Dann, warum bist du hier? Der Krieg ist zu Ende. Du bist nicht verletzend. Du bist einfach nicht verletzend! Ich habe nicht verletzend! Ich werde nicht verletzend! Dann, wenn du dich anst, werde ich nicht verletzen! Wenn du dich anst, kannst du dich anst, kannst du dich anst. Wenn du dich anst, musst du dich anst, kannst du dich anst! Also, das ist wieder zu sein! Lüffi, danke. Wir gehen, Janne! Ich werde das Wart! Ja, wie lautet der Plan? Das ist ja natürlich auch die Frage. Wenn sich die Leute nur beruhigen würden, könnten wir gemeinsam über alles reden. Gäbe es doch nur einen Weg, um mit ihnen allen auf einmal zu sprechen. Also nicht einfach alle anbrüllen. Oh je. Ich glaube nicht, dass ich laut genug beruhigen kann, damit mich jeder hört. Wir könnten aber den Funkton benutzen. Dann würde mich jeder auf der Insel hören. Aber er wird durch die Marine schwerbebracht. Ja, wer hätte es gedacht. Wir beide hätten keine Chance, dass wir einfach... Ja, komm, easy. Ja, Raffi, kannst du zu Hause sein? Okay, und dafür sorgen, dass alle da sind. Jetzt ist halt die Frage, oder waren nicht vorher alle unterwegs, um die Chance zu suchen? Schieße die Hauptmission für dich ab. Oh, kidoki, haben wir gemacht. Dann gehen wir mal... Oh, hier. Kammeranstieg schauen. Okay, ja. Wegen der Hauptmission. Dann schauen wir mal. Jetzt ist halt die Frage, ob wirklich alle da sind. Ich habe da irgendwie wieder so eine blöde Vermutung. So, wir schauen mal hier rein. Nami ist da. Toll. Nami ist da. Yay. Fandt niemand, oder wie? Oh, Mann. So, hast du schon gefunden? Ja, natürlich. Und was hat die währenddessen gemacht? Ja, auf dem Schiff gechillt. Ach, lös ab, du Feigling. Wieso hast du eine Stimme von dort drüben aus mit einer solchen Lautstärke übertragen kannst, dass sie auf der ganzen Insel zu hören ist? Es fühlt sich so an, als würde die derzeitige Situation einem Feuer ähneln. Alle haben sich in einem neuen Feuersturm der Wut verloren und die Flammen breiten sich weiter aus. Ich bin gerade so motiviert. Ich habe das Gefühl, es ist mit der ganzen Welt... Alter, was geht denn mit der ab? Ich werde eine Nachricht aussenden, die alle die Augen öffnen wird. Okay, und was will sie sagen? Bitte halt auf euch zu bekriegen. Okay. Brooks sieht es auch, es wird ein bisschen schwierig. Wenn jemand dazu qualifiziert ist, sich mit der Möhrlinge anzulegen, dann sind es wir. Oh, ach, der Zorro. Auch mal wieder da. Es gibt keine Gewissheit, dass die Besetzung von Funktions in der Inselbewo dazu bringen wird, miteinander zu reden. Aber es wäre schon mal ein Lösungswert. Und vor Chaos sorgen, ob man Öl ins Feuer gießt. Sobald das passiert, gibt es kein Zurück mehr. Willst du es trotzdem durchziehen? Ja. Das ist natürlich keine Garantie, aber wir versuchen es. Ach der, Sanji. Ein Verbrechen mehr oder weniger macht da auch nichts mehr aus, ja. Super-Nakiru. Ach, Körpa ist auch da. So, dann geht's los. Zum Funkturm gehen. Okay, wo ist denn der Funkturm überhaupt? Echt, drück ich immer die falsche Tasche. Jedes Mal. Der Funkturm ist im Hafen. Irgendwo da. Nee, Richtung Hafen. Nicht ganz im Hafen. Was ist jetzt näher? Keine Ahnung, hier vielleicht. So, im Hafen an sich ist es noch ruhig. Ja, okay. Ist das der Funkturm? Nein. Oh, wo muss er da sein? Noch eine Kiste irgendwo? Ach, da oben. Gar nicht so versteckt hier. Bei mich laufen wir voll durch. Sehen mich irgendwie gar nicht. So mal ein bisschen durchzuschleichen. Nein. Alter. Ah. Ganz knapp. Der dreht hier jetzt aber gleich wieder um. Ach komm. Ich verzieh mich. Schnell weg von hier. Oh je. Wenn sie mich treffen, fliege ich gleich runter. Autsch. Ist das irgendwo in einem Gebäude oder so? Autsch. Tja. Zu langsam, Kollege. Arm, steh auf. Arm. Arm.